Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Reef The Force Unleashed. Wir müssen jetzt gucken, ob wir hier noch irgendwas vergessen haben. Ansonsten gehen wir weiter. Ich muss jetzt mal hier durch, ne? Oh, hier. So, wasser. Wir müssen unsraciónlich lösen. Wärme. Ich muss mich. Ich werde nicht vergessen. Ich werde mich lassen. Ich werde mich sehr, was ich nicht so sehen. Er feuert ihn aber nicht zurück. Schade. Er schade. Er schade. Er schade. Er schade. So. Ach, ich hab was für... Ah, Mann. Da war ich zu schnell. 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 So. Da war ich zu schnell. 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 Aber ich war zu schnell. Ja, da war ich zu schnell. So, jetzt haben wir Ruhe, Pardon hier. Ich spürte da einen Doppelsprung in der Luft, um weiterzukommen, drücke A, A, L, B. So, da kommst du einfach. Noch niemand? Kommst niemand? Gut. Angetrieben von Macht? Loll. Macht können die auch nicht. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und ist und sei vor ich habe das da kieler seid vorsichtig es wird ein riesiger fluss aus giftige antriebsplasma in der nähe angezeigt der hier ist einen weg als nahegelegen plünderer lager finden dringt durch die unteren bereiche des blockadebrechers vor alles klar komm her kommt die beide was machen die da schaffen die sich gegenseitig an hier ist der stellbahn stellst du mal wir müssen hier rein war ich glaube war freundlich an die geht zurück ja was die haben doch gar keine chance gegen mich die armen ja was noch wer das sie das ist das ist nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die Shit-Generatoren des Plünderer-Aligns. Was ist hier los? What? Ich werde sie direkt wieder haben, den Kram. Was ist hier? Wie ist die Songstext, oder? Wie ist die Songstext? Hm? Hm. Alter! Ich hätte mich fast down gekriegt. Das reicht ja schon. Ok, ok. Der hat noch nicht, wer will noch mal? Oh, es geht pelos! Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Noch jemand wünsche? Okay. Sollte ich vielleicht nicht reingehen. Was war denn mit dem anderen Ding jetzt? Guck doch mal eben. Oh, da hinten gibt es auch noch etwas. Goldener Lichtschwertkristall. Du, ey, den probieren wir doch gleich mal aus, wa? Da haben wir ihn, da. Oh, da geht's. Gold. Weiter geht's. Goldener Lichtschwertkristall. 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 Das war's für heute. Was müssen wir denn hier machen? Ah, okay. Nice. Und da erwartet das. Wer schmeißt hiermit Sachen mit nach mir? Wir haben wieder einen Ausstieg. Machtkräfte 5, Machtschub können wir auf Rang 3 setzen. Mach jetzt direkt. Macht Talente, Stärke. Macht Kombos 4. Zephiro. Haben wir noch was mit 2? Ja, ich hätte Zephiro. X, Y, Y. Nichts. 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 Ja, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja, aber.